So Leute, da sind wir beim nächsten Opening, Card of Mana Playbooster, mein erstes Mal richtig Playbooster aufmachen. Dieses Display wurde mir zur Verfügung gestellt von dem lieben LipLab1 aka Fabi. Unten in der Videobeschreibung findet ihr sein Instagram und sein Card Market Account. Und alle Karten, die ich hier so aufmache, werden wahrscheinlich zum Großteil bei ihm landen. Da könnt ihr die dann auch kaufen. Und ja, wenn ihr da Interesse drin habt, schreibt ihm mal, sagt ihr kommt von mir. Der liebe Fabi ist da. Sehr, sehr, sehr nett. Und ja, vielen Dank dafür, dass ich das aufmachen darf. Und naja, du stellst es dann auf Card Market. Dann muss ich es nicht verkaufen. Das finde ich großartig. Und ansonsten, ja, habe ich auch Patreon. Wenn ihr mich unterstützen wollt, monetär und nicht nur mit Daumen nach oben abonnieren. und Kommentar da lassen, Like da lassen. Was auch immer ihr tun wollt, auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube, auf Twitter. Entschuldigung, X oder sonst wo. Das könnt ihr alles gerne tun. Wenn ihr mich im Monitor unterstützen wollt, könnt ihr das gerne bei Patreon tun. Ich habe noch ein paar Thalia-Tiers. Ich habe es aufgestockt. Und wie ihr hier sehen könnt, auch die Thalia-Plus-Tiers drin. Die sind leider schon voll. Aber die Thalia-Tiers sind jetzt, wo ihr auch monatlich Sendungen bekommt und so weiter und so fort. Die sind jetzt offen. Da sind auch wieder ein paar Slots frei, wenn ihr da Interesse dran habt. Und das, was für euch ist, schaut mal nach. Ansonsten, wie gesagt, ab 3 Euro kann man mich da unterstützen. Und jetzt gucken wir mal an, was wir haben. Wir haben eine garantierte Foil in jedem Pack. Das heißt, diese Playbooster sind ja der Zusammenhalt aus Draftbooster und Setbooster. Draftbooster und Setbooster. Alle wissen, ich bin ein großer Fechter der Setbooster. Weil sie nun mal einfach die besseren Booster sind. Und das haben ganz, ganz viele Leute auch verstanden. Und naja, dann hat Wizard sich beschwert so, hey, die Leute kaufen ja keine Draftbooster mehr. Und ich habe gesagt so, ja natürlich nicht, Draftbooster sind Müll. Ihr habt die einfach zum Müll gemacht. Ihr habt ein besseres Booster ausgebracht. Warum sollte man einen Draftbooster kaufen aus dem Draften? Und ja, das haben sie jetzt zusammengeführt. Man kann mit diesen Playboostern auch draften. Was ich ganz interessant finde, wir haben keinen Box-Tabber. Spannend. Und ja, wir haben 36 Booster vor uns. Das heißt, ich beeile mich mal ein bisschen. Versuche ein bisschen schneller hier durchzugehen und zu gucken, was wir denn Feines haben. Ich gehe durch die Cums und Ancums nicht so krass durch. Es sind eine Menge Playable Cums und Ancums da drin. Okay. Da ist eine Foil. Okay. Das sah wie ein normales Draftbooster für mich aus. Stinknormales Draftbooster. Spannend. Ich bin gespannt, wie es sich anfühlt. Es gibt eine Menge coole Cums und Ancums in diesem Set. Aber ja, über die gehe ich, wie gesagt, gerade mal drüber. Und ich möchte einfach nur in der Masse ein bisschen sehen, wie es sich anfühlt im Vergleich zu Mörder. Zu Draftbooster oder Setboostern. Und aktuell muss ich sagen, ja, okay, ist eine Doppel-Rare. Das passiert halt mal. Hier hinten ist so ein Suspected Case Solved Unlock. Was ist Unlock? Poison. Was kann man denn anlocken? Ich weiß es nicht. Ja, Case Solved, Suspected. Genau, die braucht man. Wir haben jetzt mal zwei Rares hier drin. Den finde ich tatsächlich ganz cool mit Undestructible. Und wenn er reinkommt, Suspected Man. Und ja, finde ich ganz nett. X-Bane ist leider nichts wert. Doppel-Rare. Müll. Und ja, man hat nicht mehr diese Themes da drin. Ich muss mal den Müll hinter mir auf den Boden werfen. Wie man das früher hatte. Aber man kann immer noch Karten aus der List ziehen, soweit ich mitbekommen habe. Ähm, da müssen wir mal schauen, was wir haben. Orb, Familiar. Case. Das ist ein Case. Ganz cool. Aber ja, ist nur ein Case. Ein Foil und Ding. Ja. Fühlt sich für mich mittlerweile, also gerade sehr stark eher nach Draftboostern an. Aber mal gucken. Oh, die Artkarten sind jetzt hinten drauf. Okay, spannend. Äh, Artkarten hier natürlich zum Schutz. Genau wie die Tokens der einzelnen Karten. Magnificent Glass. Oh. Cost to Kill. Auch sehr, sehr cool. Ähm. Ja, mal gucken. Eine Foil. Und da ist eine Karte aus der Liste. Okay. Wir haben Lamplight Phoenix. Ein Phoenix, der gar nicht mal so kacke ist, muss ich ehrlich sagen. Mit Evidence 4 eigentlich ziemlich, ziemlich gut, um den hier heute rauszuholen. So als fünften Phoenix. Für vielleicht, vielleicht ganz, ganz cool. Ähm. Und natürlich High Alert. Eine Karte aus der Liste, die man jetzt in diesem Display draften könnte. Was das Ganze sehr spannend macht. Weil auf der einen Seite natürlich ist es cool, dass wir das draften können. Auf der anderen Seite, oh. Ist ein Clou. Der Clou hat hinten drauf was anderes. Genau. Äh. Oh Gott. Ja, das muss ich auch noch erklären. Es sind so viele Sachen, die hier drin passieren. Ähm. Bei den Foil-Karten kann es hin und wieder mal passieren, dass ihr eine Karte findet. Oh. Der Lickabab. Und das Helion. Dass bei den Foil-Karten ein bisschen Karten anders drauf sind wie, wie, wie sonst. Es gibt Foil-Karten, wo halt irgendwo besondere Symbole drauf sind. Ähm. Ähm. Was ganz spannend ist, dass man hier manchmal irgendwelche Symbole findet, wo sich Püppeltip, äh, ver, ver, versteckt hat. Ich weiß nicht, ob hier unten das zum Beispiel so ein, so ein Ding ist. Ähm. Oder hier hinten im Hintergrund. Ich hab, ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung. Und es ist bei mir in der Kamera leider auch super schwierig, das zu machen. Äh. Wir haben bei uns im Podcast Radio Rafnicka, haben wir drüber geredet. Und auch ein paar Beispiele genannt. Ähm. Wo dann zum Beispiel auch manchmal die Farbe von dem Schal anders ist und so weiter. Und, ähm. Ja. Das ist, das ist schon, schon, schon krass. So. Gucken wir mal, was wir haben. Genau. Da könnten wir jetzt schauen, ob wir jetzt mit der Foil-Version, die wir hier haben, irgendwie jetzt, äh, wo ist denn die Foil-Version? Da ist die Foil-Version. Irgendwas anders ist. Irgendwie der, der Typ eine andere Farbe hat, hinten die anders sind oder so. Da kann man so ein bisschen, ein bisschen drin rum. Äh, schauen tatsächlich. Ist eigentlich ganz ein nettes Beispiel. Root ist tatsächlich eine der cooleren Karten. Die habe ich auch bei uns in der Top-3-Liste mal als eine der besseren Karten bezeichnet. Knife. Gutes Equipment. Uh. Der Falcon. Der ist gar nicht mal so kacke. Der ist wirklich gar nicht mal so kacke. Escape Tunnel. Uh. Koldota Rebirth. Wird im Standard gespielt. Und war auch beziehungsweise ein Ding. Uh. Ein hübscher Maun. Hübscher Full Art Mountain. Und ein, ein, ein Ding. Ja. Ist ein bisschen weirder wie Draft Booster. Muss aber echt sein. Es fühlt sich wirklich wehr wie Draft Booster an. Wie alles andere. Es ist, es hat nicht mehr diesen Flair von Set Boostern. Wir ziehen hier Rare after Rare after Rare. Ähm. Äh. Tiger Creature. Ja. Aber, uh, uh, die gute, die gute Kaya, die getötet wurde. Ähm. Aber ich muss sagen, die sind schon ganz cool. Da ist Kaya. Spirits Justice. Ist eine sehr gute Karte, äh. Die ich auch, äh, sehr, sehr gut finde. Und, naja, die exilt halt eine Menge im Exile. Spielt eine Menge im Exile. Das ist ganz gut. Da haben wir noch eine Inseln voll. Oh. Richtig hübsch. Ja. 36 Booster. Mal gucken. Also, vom Ding her. Genau. Hier ist schon wieder so ein, so ein Hintergrund drauf. Und da kann man so ein komplettes Bild legen, tatsächlich. Was ich sehr cool finde mit den ganzen Clues. Ähm. Ich verstehe immer noch nicht, warum sie den, den Fall sozusagen, äh, direkt im ersten, äh, im ersten Ding mal gemacht haben. Ein farbloser Case. For Basic Land. We will put in your hand. Five color among permanents. Ach, du Schande. Äh. Genau das. Dann haben wir einen Kylox Faschino Artefaser. Genau. Doppel Rare. Outrageous Robbery. Das ist gar nicht mal schlecht. Und genau er. Ihn gibt es hier mit weißer und mit grüner, ähm, Scherpe. Tatsächlich. Vielleicht finden wir den anderen auch noch. Mal gucken. Ähm. Aber das weiß ich zumindest, dass es ihn mit verschiedenen Scherpen gibt. Was natürlich für die Händler großartig ist. Die werden natürlich richtig weinen. Der Technician. Ganz cool. Chase in. Immenate Impossible. Uh, yes. Hedge Maze. Eines der neuen Länder. Uh, Hide the Plainside. Auch eine sehr gute Karte. Dann haben wir noch den Vampir. Mit Disguise. Swamp. Ding. Ich muss sagen, vom Prinzip her bisher, ich bin, ich bin echt nicht, hm, überzeugt von Playboostern gerade. Ähm, das liegt aber so ein bisschen dran, dass ich sehr verwöhnt wurde von, von Setboostern. Setbooster, uh, das ist dieser, dieser neue Frame. Ähm, wenn ich sage, äh, von Grave to Hand. Okay, gar nicht mal bad. Und der, der, der Fairy Snoop. Ähm, genau. Ich bin an und für sich sehr, 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 ich glaube ich, eine der meistverkauftesten Karten hier in dem, äh, in dem Set. Okay, nicht schlecht. Intrude in on the, on the mind. Fünf Mana, reveal the top five. Okay, spannend. Uh, 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 uh. Alter Schwede. Salaf, Weir of Faces in diesem Special Frame. Das ist, das ist das, was ich sehen wollte. Dafür habe ich Playbooster geholt, ja. Ui, ich habe sie ja nicht geholt. Und, oh, ist die hübsch. Okay, das sieht richtig sexy aus. Muss ich aber sagen, wie es ist. Das ist sexy. Wenn ich den als Commander spielen würde, würde ich diese Version hier nehmen. Genau die hier. Oh, Junge, ist die sexy. Okay. Jetzt weiß ich, was ich suche. Und wir gucken mal, wie es weiterläuft. Ob wir was finden, was ich haben möchte. So ist es richtig. Denn immer mal wieder, wenn ich irgendwas hier auch sehe, gibt es auch manchmal ... Der ist auch ziemlich teuer. Oh, Monterrey. Dann Krenko, Baron of the Tin Streets. Der ist auch in den anderen Artwork. Das finde ich wiederum ... Also in Fall sieht das gut aus. In Fall sieht das wirklich gut aus. In Non-Fall ist das irgendwie nicht so geil. Und ein normaler Swamp und ein Imp. Ich muss sagen, vom Prinzip her, gibt es hier einige Karten drin, die ich haben möchte. Die ich auch schon gesehen habe. Wo ich auch ein bisschen Bock drauf habe. Aber bisher, muss ich sagen, habe ich die noch nicht so ... Oh, Mask. Muss ich sagen, habe ich die bisher noch nicht einmal die Karten gesehen. Das macht mich ein bisschen nervös. Er ist ganz cool als Commander. Raw of the Old Gods. Und Case of the Crimson Pulse. Sehr cooler Case. Eine Rare tatsächlich auch. Und ein Mysterious Creature mit Cloak. Ja, stimmt. Wir haben ja Morph-alte Token. Deswegen müssen wir auch Cloak machen. Hier ist wieder so ein Bild. Wir müssen gleich mal gucken, ob ich das irgendwie schaffe, das gesamte Bild in einem Display zu machen. Aber ... Uh, Assassin's Trophy. Uh, Fatal Strength. Nein, Spaß. Assassin's Trophy. Über die Karte redet kaum einer. Die Karte ist so stark. Eine meiner Lieblingskarten im Legacy tatsächlich. Und es spricht kaum einer darüber, dass sie ein Reprint hat. Weil das Set halt so weird ist. Und Schock. Da ist Schocks drin. Okay. Ist das wieder von ... Ist diese Dame oder dieser Herr wieder dieser ... Kann mir das jemand bestätigen, dass das die Person ist, die hier auch Faithless Looting gemacht hat? Weil es wirkt so. Guckt mal. Foto und dann drüber gemalt. Das ist halt der Stil von dieser Person. Und irgendwer bei Wizards mag das tatsächlich. Analyze the Pollen. Gar nicht mal so schlechte Karte. Uh, der Rage. Den werde ich wahrscheinlich auch noch öfter sehen. Breakout ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Es ist wirklich gar nicht mal so, so schlecht. Ähm, ja. Bisher zwei Full-Out-Länder. Ein alter Art in Feuil. Ich bin ... Ich bin gespannt. Rope. Das Seil. Und der Codebreaker. Pros, Haste und der Tut, Tut, Dinger. Case of the Burning Mask. Die werde ich wahrscheinlich behalten. Da werde ich den guten Lip-Lub fragen, ob ich die behalten darf. Denn das ist unsere Spoiler-Karte. Also eine von drei Spoiler-Karten, die wir von Radio Raffnika bekommen haben. Wir hatten Case of the Burning Mask, den Prahlhans, den grünen. Und die grün-weiße Sorcery. Mir fällt der Name grad nicht ein, weil ich grad hier am Gucken bin. Aber die ist auch ganz cool. Soul Search, nicht schlecht. Und uh. Scholar. Planes in voll. Jetzt haben wir schon drei. Drei von fünf von den Full Arts. In voll. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Da haben wir's. Da haben wir's! Seht ihr das? Hier grün, da weiß. Geil, oder? Das macht Spaß für die Händler. Da haben die Händler richtig Spaß dran. Ähm. Elf, Oofs, Wizard. Okay. Cloak, cut from your hand. Ui. Ui, die ist auch schick. Die ist auch wirklich schick. Spells in der Inn. Liste. Und in der Insel Vollart. Das, das ist so. Das, das, das macht, da macht Booster-Opening Spaß. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich hab auch manchmal das Gefühl, dass in jedem Slot irgendwie, äh, naja. irgendwie das einfach mehr Karten von der Liste sein müssen. Torch of Witness. Uh, Pride. Crocodile Alk Turtle. Es sind, also man muss sagen, der Ravnica-Flair kommt überhaupt nicht durch. Hier kommt nirgendwo durch, dass wir auf Ravnica sind. Es sind einfach nur, nur weirder, weirder, oh, Puppe, Pico-Boysen. Ähm, weirde, weirde Sachen hier drin, die halt irgendwie, irgendwo passieren. Aber, es kommt nicht durch, dass das hier Ravnica ist. Das muss man einfach sagen, wie es ist. Und, ähm, ja. Dementsprechend, äh, muss man halt mal schauen. Slime Against Humanity. Tatsächlich ne Kammern, die auch gar nicht mal so wenig Geld wert ist. Leadpipe. Soulsearch. Da ist noch der Lazav. Und, ja. Äh, äh, ähm, Slime Against Humanity ist tatsächlich ne Kammern, die sehr viel Geld wert ist. Also, zwei, drei Euro. Äh, Commercial District auch sehr gut. Und Lazav auch sehr cool. Ähm, ich bin gespannt, wo es mit diesen Ländern hingeht. Weil die sind jetzt sehr, sehr günstig. Sie sind meiner Meinung nach besser wie die Tempel. Weil, man kann die Karten in den Friedhof werfen. Was einfach besser manchmal ist, im Commander, wie sie unten drunter zu legen. Oh. Ist sie nicht hübsch? Frantic Scapegoat. So eine hübsche Karte. Case of the Locked Hearts. Behind the Mask. Okay, das ist ein weirdes Artwork. Halbzeit. Bisschen über die Halbzeit. Und wir sind bei 16. Ach, schande. Ja, manchmal wünschte ich mir, ich könnte mehr zu den Karten erzählen. Aber, ähm, ja, es ist teilweise einfach nicht, nicht möglich. Übrigens auch eine sehr gute Karte. No More Lies. Ist tatsächlich auch eine gute Karte. Uh, noch einer. Der ist wirklich nicht schlecht. Der ist wirklich nicht schlecht. Da bin ich immer überlegen, ob man den irgendwie benutzen kann. Weil er ist indestructible, er hat Menace und er hat coole Effekte. Und, äh, ja, muss man, muss man sagen, wie es, wie es ist. Äh, Tunnel-Tipps da. Escape Tunnel. Case File. Uh. Disguise. Bub, Mountain. Gib ihm. Ja, alles in allem, muss ich sagen, bin ich, äh, mittlerweile echt an dem Punkt, wo ich sage, das sind viele Booster. Aber, es ist Pick Poison, es ist an einem Punkt angekommen, wo ich sage, Lightning Helix, ein sehr hübsches Artwork. Aber ich glaube, das erste Mal, dass wir sie sehen. Da ist er. Pompös, äh, Gutterbutt. Der pompöse Pralhans. Doorkeeper Trial. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr cool. Freut mich. Ähm, ich muss persönlich sagen, ich bin vom Prinzip her von den Boostern nicht überzeugt. Ich bin nicht überzeugt, dass man hiermit denselben Spaß hat, den man mit Setboostern hat, zum Öffnen. Und das muss ich euch sagen, während ich das öffne. Es gibt immer wieder so was Cooles, so wie hier, Assemble All the Players. Das ist eine ganz coole Karte, sieht zwar aus wie das Herr der Ringe, aber okay, es ist ganz hübsch, ist ganz nett, aber es macht einfach nicht so viel Spaß wie Setbooster, die halt wirklich wesentlich mehr Banger hatten, wo man wesentlich cooler irgendwie Sachen aufnehmen konnte, angucken konnte, mehr verschiedene Karten bekommen hat, habe ich das Gefühl, weil das Set hier ist wirklich, 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 ja, vielleicht liegt es auch einfach am Set, weil das Set kommt nicht so gut an. Ähm, wer hätte es gedacht, ein Ravnica-Set auf Ravnica, das man nicht Ravnica nennt, kommt nicht gut an. Übrigens, hier ist einer mit dem Weißen. Ich muss mal gleich gucken, dass ich die beiden mal auseinanderhalte. Oh, das ist die Rare Warleader Call und Croson Tusker. Das Video finde ich cool. Also ich muss mal schauen, ob ich das irgendwie schaffe, dass ich das, ähm, mal drafte, weil ich glaube, mit den, mit den Playboostern zu draften, macht ganz viel Spaß, mit den Karten aus der Liste. Ich glaube, das ist, das ist der, der, der Punkt, der hier wirklich interessant ist, dass man Karten aus der Liste hat, mit denen man draftet. So, blauer, Renate the Crane, oh, Novice Aspector und Feul. Sweet. Das ist glaube ich das Coole, dass man halt wirklich draften mit den, mit den Listkarten kann. Aber ansonsten muss ich sagen, bin ich mittlerweile hier an dem Punkt, wo ganz viele Leute dann bestimmt schon untergeschrieben haben, Blackie, warum tust du dir das überhaupt noch an? Und ich kann es euch nicht sagen. Ich kann es euch nicht sagen, warum ich mir das noch antue. Ist übrigens auch cool. Oh, Audience of Tostani, da ist dieses Ding in voll. Weil, es sind jetzt noch sieben Booster. Sieben Booster und der, der Fun, der Booster-Fun, sowas zu öffnen, ist bei mir, ehrlich gesagt, schon ein bisschen runtergegangen. Ich hoffe, ihr schaut immer noch, ich hoffe, ich kann euch immer noch, Alter, das Artwork, geil, kann ich immer noch ein bisschen, ein bisschen unterhalten. Aber, ich bin dabei dann tatsächlich sehr ehrlich, ich hätte lieber Set-Booster aufgemacht. Bisher ist auch die Ausbeute ziemlich mau, aber gut, die Ausbeute von dem ganzen Set ist ziemlich mau. Das muss man jetzt auch dabei sagen, weil das Set einfach nicht so gut ist und nicht so gut performt, wie man das gerne hätte. Not on my Watch, übrigens eine sehr coole Karte. Oh, Doppelgang. Mit Jace the Mindscriber himself. Das ist ein Drache. Das ist ein Drache. Ja, aber auch von den Foils hinten, ich kriege das überhaupt nicht so krass mit. also, es ist, ich muss, glaube ich, mal ein eigenes Video dazu machen, muss mir mal ein paar Set-Booster holen, ein paar von den Playboostern. Oh, leiser. Der Typ, der das macht. Und hier ist noch ein Mockmore und dann kommt noch Kram. Ich muss mich mal hinsetzen, da muss mal ein Video dazu machen. Wenn ihr das Video sehen wollt, schreibt mir das bitte in die Kommentare, wenn ihr so weit noch geguckt habt, ob euch das mal interessiert. So wirklich dieses Draft-Set-Playbooster im Vergleich. Dann werde ich mir mal aus den letzten Editionen so ein paar Draft- und Set-Booster holen. Werde mal schauen, dass ich so ein paar Draft- und Set-Booster aus den, aus den, aus den letzten Editionen hole und ein paar Playbooster und dann, wenn ein paar Editionen draußen sind. Also ich werde es nicht nur mit, 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 mit Marco, äh, Call of Manor machen, sondern werde es mit, mit ein paar Sets mal machen. Und die bekommen wir, by the way, auch nicht voll. Ähm, und werde es mit ein paar Sets dann mal vergleichen, wie sich das so anfühlt. Wenn ihr da Bock drauf habt. Gossip. Uh, Theater in Full Art, das Rot-Schwarze, sehr, sehr cool. Grenzos, Buzzcrusher. Das ist ein Topter. Topter ist immer interessant. Ähm, was steht man, ein Basic Land, das der Spieler kontrolliert. Für jedes Land, was zerstört wurde, kann der Bär schon in Stande daraus holen. Okay. Kaching. Wow. In einem der letzten Booster ist eine Delany Streetwise Lockout in Voll drin. Ähm, die wird wahrscheinlich nicht auf Kartmarkt landen. Ähm, denn ich bin immer noch davon überzeugt, dass man sie in Death in Texas spielen kann. Oder zumindest in einem Schwarz-Weiß Deck oder irgendeinem Deck. Und dementsprechend wird die in Voll nicht auf Ding landen. Keine Sorge, müsst ihr euch gar nicht drum kümmern. Das, äh, ja. Wenn ihr ansonsten Karten gesehen habt, die ihr spannend fandet, die ihr mal gucken wollt, vielleicht auch bei den Cummins und Ankams, könnt ihr ja mal beim guten Fabi auf der Ding nachgucken. Wir machen das letzte Booster auf und sind dann ein bisschen befreit davon. Befreit. Und noch ein Sumpf. Puh. Playbooster. Spannendes Konzept. Weirder Ausführung. Ich bin mir nicht sicher, ob's am Set liegt. Aber ich, ich bin, ich bin, ich bin noch nicht biased. Ich bin noch nicht gekauft worden. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das gut finde. Bin ich, bin ich ehrlich. Ähm, Zeit wird's zeigen. Was haltet ihr davon? Ihr könnt mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr auch so was geöffnet habt, wie ihr die Playbooster findet. Ich hab ganz viele Stimmen gehört, die ganz viele verschiedene Sachen sagen. Deswegen seid lieb zueinander, redet miteinander, und, äh, können wir, können wir da mal, können wir da mal schauen. Ähm, ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ablixit. Ciao, ciao.